Auf jeden Fall deutlich ruhiger. Nicht, dass ich sagen möchte, dass der Wagen hier langsam ist. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man mit der Bremse und dem Gas tut, weil sonst verzehrt mir der Wagen das nicht. So, ich schätze mal hier oben bei dem Haus wird eins sein, oder? Wo ist das? Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich muss jetzt mal hier bei den Häusern mit zwei sein, ne? Au!